Hallo Leute, ich bin's wieder seit dem Nr.1.0. Heute sind wir auf so einer Webseite, also da können wir von Elon Musk sein Vermögen, also so Sachen kaufen. Airpods, viele, dann Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox bin ich nicht zu der Fan, iPhone 13, Pro 4, Samsung Ultra STB, auch 4. Ah, alles so billig. Oh, Gaming Piste. Wie viele sollen wir kaufen? Ah, 2,79. Ah, da steht unten, wie viel US-Dollar das wert ist. 53.799 US-Dollar. Okay, oh ja, 5 Millionen US-Dollar. So, was ist da? 1,5 Millionen. Putti, 80 Jahre, boah. Auch, achso, das hat gar nicht mal gezählt. Gesamte Steam-Bibliothek, kein Rabatt. Ist voll billig, wirklich. Netflix ist voll billig, hier und dann hier. Oh, gesamte Produktion. Ja, hier kauft man ganz viel. Ja, also. So, 2 Millionen. 700 Millionen. Okay, das ist sehr teuer. Hat's noch was? Oh, boah. Billig, 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 alles billig. Hm, geil. Das ist der Bucke. Oh, Hecker. Sehr, wir kaufen uns. Eine, mitte, groß, bisschen kaufen. Oh Gott, das wäre, warte hin. Okay, ja. Sehr. Voll billig. Eigentlich nicht billig. Boah, Diamant-Trinken. Was geht's? Boah, tollste Flasche. Whisky. Rolex, nichts. Mona Lisa. Mona Lisa. Auf hier. Hubschrauber. Was ist das? Plastische Operation. Hier. Eine Woche in die... Oh. Hochschulbildung. Okay. Darum sehen wir, wie viel Prozent wir von seinem Vermögen haben. Äh, jetzt geht's mal ein bisschen... New FL Team Durchschnitt. Boah. Hoch. Wir kaufen jetzt ein ganzes Geld leer. Modell bis wir... Modell bis wir... 4... Okay, jetzt sind wir... Okay, ja. Sehr viel das, was wir mit dem Video lassen. Dein Kanal war. Tschüss.